Wasser ist ein Grundrecht und sollte grundsätzlich natürlich immer verfügbar sein für alle, die es benötigen. Allerdings kann man aus der gastronomischen Sicht schon sagen, dass das auch eine Serviceleistung ist. Wenn jetzt jeder entscheidet und weiß, dass man Leitungswasser hier bekommen könne, egal wo ich hingehe, dann ist das natürlich auch für denjenigen, für den Betreiber auch ein Mehraufwand, der auch bezahlt werden muss. Und ich denke schon, dass man für diese Serviceleistung was vielleicht nehmen kann. Aber grundsätzlich zu sagen, dass Wasser kostenlos angebietet wird, finde ich auch gut. Also es muss halt gut abgesprochen sein.